Die hält nur noch morgen. Morgen Abend kommt schon der 1. kräftige Sturm. Freitag in der Nacht zu Samstag dann. Der 2. kann sogar noch ein bisschen heftiger werden. Betrifft dann aber nicht so viele Regionen. Aber es ist einiges los in den nächsten Tagen. Das ist die Wettersituation morgen. Da zieht diese Warmfront rein. Jetzt im Moment regnet es ja schon. Von Nordwesten her kam dieser Regen. Dahinter wärmere Luft. Sie sehen aber auch in Nordschottland gerade mal 3 Grad. Diese großen Temperaturunterschiede sind Antrieb für große Luftdruckunterschiede. In der Natur werden große Luftdruckunterschiede durch heftigen Wind ausgeglichen. Der folgt dann auch direkt hinterher. Hier die Isobaren, die Linien gleichen Luftdrucks. Die liegen ganz eng beieinander. D.h. der Luftdruck verändert sich sehr schnell. Dementsprechend wird es bei uns auch wirklich stürmisch. Das geht morgen Abend schon los. V.a. aber am Donnerstag. Da haben wir an der Küste verbreitet orkanartige Böden und Orkanböden. Über 110 km pro Stunde. Auf den Bergen Orkanböen, z.B. Feldberg im Schwarzwald 140 km pro Stunde. Brocken im Harz 170. Aber selbst im gesamten Norden sind 80 bis 110 km pro Stunde in Böen möglich. D.h. schwere Sturmböen bis orkanartige Böen. Da können Äste runterfallen, Bäume umkippen. Gerade, weil es auch morgen noch mal kräftig regnet. Bei Bäumen, die so ein Wurzelwerk nahe an der Erdoberfläche haben. Also all diese Regionen meiden und alles reinräumen, was rumfliegen könnte. Jetzt in der Nacht Regen, der sich ausbreitet. Morgen kommt dann am Verlaufe des Vormittags ein neues Regengebiet. Und gegen Abend kommt eben die Kaltfront. Und die bringt dann von Nordwesten her den Sturm, der sich über ganz Deutschland ausbreiten wird. Am wenigsten passiert in Baden-Württemberg. Jetzt in der Nacht noch mal leicht frostig in Bayern. Ansonsten steigen die Temperaturen von Westen her leicht an. Auf 5 bis 9 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad in der Köln-Bonner Bucht. Donnerstag der Hauptsturm. Dazu Schauergewitter zum Teil mit Graupel. Und am Freitagabend dann der nächste Sturm, den wir vor allem in der Nacht.